Guten, der Rockshop ist wieder zurück am Starten, heißt euch herzlich willkommen zu dem ersten Full-Production-Reaction-Video hier auf dem Kanal seit langem. Immer noch ein bisschen beeinflusst durch die Situation mit dem ganzen Copyright-Gedönse. Ihr wisst ja, mittlerweile ist es auf dem Kanal hier relativ 50-50-mäßig, ob jetzt eine Reaction online kommen kann oder nicht. Falls diese Reaction nicht online kommen kann, ohne beschnitten zu werden, dann rate ich euch, während ich den Song gleich hören werde, um den es heute geht, einfach das Original-Video, was ihr in der Videobeschreibung verlinkt findet, mitlaufen zu lassen. Und ja, dann habt ihr eben die Audio und das Video selbst noch dabei. Genau, falls ihr die Reaction dann, falls die beschnitten sein sollte, aus Copyright-Gründen in voller Gänze sehen wollt, mit Original-Track und Video, dann empfehle ich euch meinen Patreon-Account, der ist auch unten verlinkt. Da gibt es die volle Reaction ohne irgendwelche Abstriche zum Download. Genau, soviel vorab als Disclaimer-Info. Heute geht es um den Song Judged, Ausrufezeichen, zumindest mal auf dem Thumbnail, im Titel eigentlich nicht, von Billy Talent. Billy Talent, wer mich nicht kennt, ich bin übrigens der Rockshop und ich bin ein riesen Billy Talent Fan, ist meine zweitliebste Band of all times. Ich kenne die Songs, die bisher so von Billy Talent existieren, eigentlich alle innen auswendig, kann die meisten davon auch selber spielen. Billy Talent ist mir eine sehr wichtige Band und ich freue mich sehr auf das neue Album, Crisis of Fate, was jetzt am 22. oder 21. rauskommt. Ich verwechsel das immer. Auf jeden Fall Ende des Monats kommt das neue Album raus, Crisis of Fate. Und wir haben schon einige Singles davon. Wir haben Forgiveness, was schon 2019 rauskam. Wir haben Reckless Paradise, wir haben I Back to Differ und wir haben auch mittlerweile End of Me featuring Rivers Cuomo. Oh, nun haben wir auch noch einen weiteren Song, das heißt, das Album ist eigentlich fast schon komplett bekannt, bis auf ein paar Sachen und wir haben jetzt den Song Judged. Ich habe ja vor einer Weile schon mal einen Podcast zusammen gemacht mit meinem Kumpel Rodriguez, wo wir ein bisschen darüber gesprochen haben, was wir uns denn von den einzelnen Songs erwarten. Und wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie wir diesen Song musikalisch einschätzen. Übrigens, falls ihr den Podcast nicht gehört haben solltet, ist hier verlinkt. Guckt mal rein, hört mal rein. Ist auf jeden Fall lohnenswert für alle Billy Talent Fans, die so ein bisschen Rätsel raten wollen, was es denn mit den Titeln des neuen Albums auf sich hat, den Songtiteln, was da wohl mal rauskommen könnte. Aber ein bisschen spekuliert. Auf jeden Fall, der Song Judged geht jetzt 1.40 Uhr, das heißt, ich erwarte einen brachialen Punk-Track. Ich erwarte mitten in die Fresse Musik. Ja, ich bin da, glaube ich, ganz gut dran, weil die Songlänge lässt jetzt keine Ballade vermuten. Ich würde auch sagen, wir jumpen direkt rein, wir lassen uns nicht weiter Zeit. Und genau, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abgesehen hiervon, dann drückt doch mal den Abo-Button, wenn ihr es nicht gemacht habt und lasst mir ein Like da und jetzt gehen wir voll rein. Billy Talent Judged, nicht The Crutch, auch nicht The Judge, set me free, set me free, äh, falsche Band, egal, go. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Okay, noch weiter, The Crutch. Nice. Die ersten 30 Sekunden und wir haben schon Intro, also Intro, Strophe, weil es gab kein Intro, es war Strophe, es war Refrain und ja. Scheiße. Das habe ich so jetzt, also ich habe es erwartet, als ich die Songlänge gesehen habe, aber ich dachte mir, vielleicht wird es ja doch nicht so, wie ich denke, weil ich werde gerne überrascht, was Musik angeht. Wir haben ja wieder typisch Billy Talent, wir haben die geilen Backing-Vocals im Chorus natürlich direkt in die Ohren stechen, nicht ins Auge. Ich bin ja riesen Fan von den Backing-Vocals von Ian Dissar und John Gallant bei Billy Talent und das Judged im Hintergrund, das ist wieder richtig, äh, das macht wieder richtig Bock. Einfach diese Dynamik zwischen Bands geschrieenen Lyrics hier auch oder, naja, Vocals, nicht Lyrics, also die Lyrics schreit ja auch, aber die Vocals, die jetzt manchmal brüllt und schnell und laut von sich gibt und dann eben auch diese Backing-Vocals, die dann so reinstechen wie so, ja, das ist das Messer, das ist Punk, weißt du, äh, das ist geil. Also so einen Song habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr von Billy Talent gehört, äh, also in dem Stil, weiß ich nicht, erinnert mich so ein bisschen an Voices of Violence, äh, wobei das, selbst das nicht so überladen war, weil das war ja auch länger, hat ein bisschen mehr Zeit gehabt, die einzelnen Parts auszuführen, aber das hier macht schon mal richtig Bock. Wir gehen nochmal zurück. Ich höre jetzt übrigens, äh, eher auf die Musik, wir haben ja in dem Podcast, den ich vorhin angesprochen habe, haben wir so ein bisschen mehr über den, den Inhalt geredet und habe ich ja gemeint, ich kann mir vorstellen, dass dieser Song so ein bisschen dieses Ding anspricht, dass man heutzutage sowohl, äh, in One-on-One-Gesprächen als auch auf Social Media immer sehr schnell verurteilt wird, für alles, was man eben von sich gibt und wenn die Meinung von einem selbst nicht mit der Meinung von Person XYZ übereinstimmt, ist man direkt der Arsch. Ähm, ich habe jetzt schon so ein bisschen zwischen den Zeilen, herausgelesen, dass das so mit drin sein könnte, dass man eben sehr schnell verurteilt wird, aber ich bin jetzt auch eher auf der Musikseite unterwegs, weil wer mich kennt, der weiß, wie Musiker und nicht Lyriker, das heißt, ich analysiere mit meinen Ohren aus Gewohnheit vor allem erstmal die Musik, ähm, und Lyrics, wenn das hängen bleibt, bleibt es hängen, wenn nicht, dann, äh, bitte ich, das für mich zu übernehmen und in den Kommentaren ein bisschen auszuführen, falls ihr Bock drauf habt, von daher, ähm, ja, wir hören weiter. Geil! 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 Dieses Profile, Defile, Teleported, geil, das ist auch richtig geil, das ist so ein typisch Billy Talent Flow auch einfach von Text, Das ist super geil Okay Moment, Moment, Moment Lass mich kurz mitzählen Ist das einfach ein fucking sieben Vierteltakt? Oder halt zumindest vier Und dann drei, warte nochmal, jetzt geh mal mit Eins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei Vier, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei Nein, warte, nee Vier, eins, zwei, drei Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei Alter Sieben, Sechserwechsel, what the fuck Oder halt dann im Endeffekt Dreizehner Als ob Hä Aber auch dieser Aufbau von dieser Bridge Mit diesen Aufsteigen und diesen Gang-Vocals Im Hintergrund, die typisch punkigen Äh, 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 äh Und dann halt im Vordergrund dieses fast schon Spoken-Word-Ding von Ben Aber halt mit der Aggressivität Einer Vocal-Performance Super geil Aber diese Taktspielerei Also sowas kennt man jetzt von Billy Talent auch noch nicht Abgesehen von Forgiveness Part 1 Da gab es sowas auch ein bisschen Ja, mit mal einem Neuner drin Äh, oder mal einem Weiß ich was auch Irgendwas Mit einem Fünfer-Takt Oder Mit einem Takt, äh, Schema Was ein bisschen off war Aber so wirklich Odd-Times Benutzen die eigentlich nicht Und in dem Falle Wenn es jetzt wirklich ein Siebener Und ein Sechser wäre Mindest mal ein Siebener Wäre ein Odd-Time Beziehungsweise das Gesamtkonstrukt Also Odd-Times heißt einfach nur Ungerade Taktzeiten Weil normalerweise haben wir ja Ein Vier-Viertel-Takt Wir zählen Eins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei, vier Wenn wir jetzt einen Sieben-Viertel-Takt haben Zählen wir eben eins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei Weil eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Zählt sich ein bisschen Kacke Geht aber noch Aber da würde man eben So zählen Und das Kennt man Von BD Talent Ist nicht unbedingt Weil das kommt in so einer Konventioneller Rockmusik Ist nicht unbedingt vor Und ich würde BD Talent Trotz der Tatsache Dass die Chord-Structures Also die Akkorde Und auch die Akkordfolgen teilweise Die eben dieses Jahr auf der Gitarre spielt Schon sehr aus dem Jazz gerippt sind Also gerippt im positiven Sinne Eben daraus entnommen Und inspiriert Trotz dessen würde ich BD Talent Schon noch irgendwo als Konventionellen Rock bezeichnen Weil Eben solche Sachen Wie jetzt Solche Taktspielereien Nicht vorhanden sind normalerweise Und das ist schon so ein Punkt Der Konventionelle Musik Von unkonventioneller Musik Unterscheidet Weil sobald du eben So einen Ungeraden Takt drin hast Kannst du halt Nur so optimal darauf Tanzen zum Beispiel Und Ich sag mal so Bei konventioneller Musik Ist es immer wichtig Dass Leute sich dazu bewegen können Kannst du zwar zu Prog Musik auch Ist aber dann vielleicht Ein bisschen fordernder Also ich würde Immer gerne jemanden sehen Ich sag mal einen Lion Der irgendwie zu einem Anime Das Lieder Song Versucht zu tanzen Oder auch nur Straight zu headbangen Wird schwierig Auf jeden Fall Haben wir hier halt In diesem ersten Abschnitt Haben wir halt erstmal Einen Vierviertel- und Dreivierteltakt Das heißt zusammen Einen Siebener Also Eins, Zwo, Drei, Vier, Eins, Zwo, Drei Was ich da gezählt hatte Und danach kommt dann eben Eins, Zwo, Drei, Vier, Eins, Zwo Was sechs zusammen sind Weil vier plus zwei Ne Sind sechs Ich mach mit meinen Händen Ganz komische Sachen gerade Please Excuse me Und wenn man eben Sechs und sieben zusammenrechnet Kommt man auf Quick Math Dreizehn Und das wäre zum Beispiel Ja Irgendwann jetzt ein Dreizehn Vierteltakt In dem Sinne Aber es klingt schon Ein bisschen aufgeteilt Das heißt ich würde sagen Es ist schon ein Siebener Und ein Sechser Weil man zwischendrin Einen klaren Break hört Lange redet gar keinen Sinn Ich finde das cool Was die da gemacht haben Da haben wir es Um mal kurz auf den Text einzugehen Ich kann gar nicht zurückskippen Weil da so viel zurückgeht Genau For being born in your skin Judged Also quasi Thema Auch so ein bisschen Rassismus zum Beispiel Weil ich meine Für die Haut Nicht mehr geboren wird Wenn man jetzt mal Wirklich auf die Farbe Die Hautfarbe bezieht Wenn man das mal Ganz plain nimmt Das kann natürlich auch Eine Metapher sein Für andere Dinge noch Aber generell erstmal Für die Herkunft Eines Menschen Für eben Seine Ethnie Wie auch immer Wenn man dafür gejudged wird Ist halt asozial For love that they call a sin Also hier klar Das Thema natürlich Verschiedene Sexualitäten Oder eben Sexuelle Einstellungen Ausrichtungen Vorlieben Wie man es nennen möchte Ja Dafür wird man auch gejudged Selbst heute Im Jahr 2022 noch Was eigentlich Nicht angehen kann Aber okay Genau Because you're different to them Also nochmal Das Gesamtbild Also Geht eigentlich schon genau In diese Richtung Textlich Die ich auch In dem Podcast Hatte das gerade Schön dass sich das So ein bisschen Verwahrheitlicht Tata band judge Nice Ja geil Ich finde das vor allem cool Und das ist halt so Billy Talent Weißt du Der Song geht Nicht mal zwei Minuten Und ich bin jetzt Auf dem Counter Bei der Kamera Bei mir Bei der Aufnahmezeit Ist ohne Schnitt Und irgendwas Bin ich jetzt gerade Bei fast 15 Minuten Aufnahmezeit Ich habe jetzt gerade So lange über einen Song Reden können Der nicht mal zwei Minuten Lang ist Das heißt In dem Song Gibt es relativ viele Was man reden kann Und was man herausheben kann Und was man eben auch Positiv highlighten kann Und das finde ich halt geil Und das ist halt Das was mir auch An Billy Talent So viel Spaß macht Dass man eben So viel aus der Musik Rausziehen kann Wo dann eben Dieser Punkt So ein bisschen Präsent wird Dass es eigentlich doch Gar nicht mal so Konventionelle Musik ist Beziehungsweise Sie zumindest mal Immer wieder coolen Tricks Und coolen Kniffen bedienen Weil in diesem Song Der Song hätte so irrelevant Seien können Wäre es einfach Ein 1,40 langer Punkrock Song gewesen Aber diese Bridge Hat es nochmal Voll rausgerissen Die hat was Reingebracht Was man nicht erwartet hat Was ich vor allem Nicht erwartet habe Und ich bin jemand Ich achte eben auf sowas Weil ich eben Durch meine musikalische Erfahrung Auch selbst solche Stilmittel benutze Und sowas total cool finde Und dann kommt eben Dieser typische Billy Talent Style Chorus Mit den Backing Vocals Der mich schon mal direkt Für sich gewinnen kann Und dann kommt eben Auch noch Sowas rein Wie eben Diese Taktspielereien Mit komischen Taktzeiten Und genau Damit verabschiede ich mich Für heute Ich habe es sehr gefeiert Und ich bin gespannt Aufs Album Ihr werdet auf jeden Fall Noch einigen Content Dazu bekommen Wenn es soweit ist Von daher macht es gut Haut rein Metal auf Ich bin raus Sure Sure Ich bin raus 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 Ich bin raus